salam alaikum Wir nehmen Psychos Kartoffeln mit Das war sympathischer Typ Bهم! 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 Es gibt zwei die man immer gucken kann... BEMU auf jeden Fall weiß, Psycho und... Bهم! 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 Magen Weitere gehts. Weitere gehts. Ich glaube ich kann so rieh lü lü lü. Rieh lü lü lü. Nix. Alla. Ich bin auch oft mit so einem Teamler von Phasmus zusammen. Lisch? Ja. Krass. Sind die Teamler älter? Ich würde sagen so in unserem Alter. Wem spielst du das? Nicht wir. Die. Die YouTuber haben oft zählt. Wir haben auch schon mit dem ganz großen Fisch gespielt. Krass. Das sind ganz nette Typen. Wie war der hier? Also Orbs sehe ich keiner. Machst du Scheiße. Man sieht nicht mal die ganze Küche. Der Meer erwartet würde ich sagen. Hm? Der Meer wartet. Man sieht nicht mal die ganze Küche. Warum? Du siehst doch falls er dort durchrennt. Du siehst aber nicht die ganze Küche. Brauchen wir doch nicht das da hinten. Klar. Dotz. 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 Dotz? Dotz. 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 Fingerprints. Hallo Yori. Der kann es aber theoretisch kein Goryu sein weil wir haben ihn gerade gesehen. Ja. Nee. Goryu ist es nicht. Benshee oder Phantom. Ja gut, Benji wäre eigentlich easy mit einem Foto, ne? Äh, äh, Phantom. As-salamu alaikum. Phantom hat Box. Hallo, you are here, motherfucker. Benji hat Orb, und Orb habe ich keinen gesehen, also ums Verrecken nicht. Beim besten Willen nicht. Ich vermute dann, das ist ein Phantom. Ich sehe keinen Orb. Hallo. Domme, ich mach dir mal die Dots weg. Ja, hol die auch gerade, ich hab gerade eins rein. Und, kannst du was erkennen? Ähm, ne, ich sehe auch nicht. Ne, ne, das ist safe, ein Phantom. Muss ja. Kann das EMF mal gerade Hardcore lauten, Alter. EMF 3, ne? Hello. Ne, Schatz, das ist ein Phantom, kannst du wegmachen. Ich bin mir doch schon fast nicht richtig sicher. Wir haben alle Aufgaben sogar fertig. Ultraviolett und Dots, oder nicht? Und Geisterbox hab ich weggestrichen. Dann kannst kein Phantom auswählen. Doch. Geisterbox wegstreichen. Wir haben Ultraviolett und Dots. Streich mal Geisterbox, die war weg. Geisterbox macht den nicht, guck hier. Ja, aber es muss... Where are you? Where are you? Wir haben keine Ohren. Siehste? Das ist Box. Tattoo, also doch, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ähm. Kann man nicht mit den Items schon ein große Map machen? Könnten, Bro, aber es ist halt schwierig. Wir können ja nochmal Schule probieren. Ja. Ich hasse so große. Da geht wieder einer, geht wieder einer links, einer rechts. Ja, das will ich machen. Kann ich auch suchen, wer wohin geht. Ja, warum nicht? Ich mach keine großen mehr. Kannst du mehr, äh, Ding machen? ESG rein, oder? ESG? Dann brauchen wir aber die Kopfkamera. Nicht ESG, wer ist das? EMF. Wir haben zwei EMF und einen Thermo. Das heißt, zwei Leute nehmen F, einen nimmt Thermo auf dich. Dann müssen wir Kopftaschenlampe bitte mitnehmen. Ja, ist glaube ich auch besser. Ja. Weil dann können wir unsere drei Sachen trotzdem mitnehmen. Warte kurz. Loadout. Warte, ich mach... Ja, okay. Option. Schatz, mit T, ne? Lang gedrückt. T, macht Licht an. Wenn er hunted ausmachen. Und wenn er hunted, nicht vergessen auszumachen. Wir erinnern uns einfach gegenseitig dran. So, also wir schauen jetzt, wer nimmt was mit. Ich nehm Buch mit. Also, ich nehm EMF mit, ich nehm Dots mit und ich nehm Ultraviolett wie immer. Ich nehm Box mit. Und, ähm, ja, weiß ich nenn. Ich nehm das Letztes. Nimm du auch eine EMF. Na gut. Und, was noch? Du hast noch einen Slot. Hast du einen Vorschlag? Buch? Buch. Ja, dann nehm ich Thermo, Foto und... Ja, direkt durch die Kamera. Geil. Das seh ich auch so. Wir haben, äh, das Brett. Das Reacherbrett. Kann mir jemand kurz sagen, wo der Stromkasten ist? Oder seid ihr schon alle bei der reinen... Linke Seite unter der... Links. Links unter der Kellerdienst. Ich könnte fragen, von mir aus. Ja, könnten wir machen. Ich mach ein Licht an, dann können wir noch das Licht anmachen. Wo lichten wir gerade aus? So, jetzt. Ja, hinter dieser ersten Säule. What is your favorite room? Ich frag den Pisser besser. Class... EMF 5. Classroom. Ja, weiter. Classroom. Classroom 20. Ah, 20. Und der EMF 5. Goodbye. EMF 5? Ja. Ich geh raus, pillen und dann Classroom 20 suchen. Ja, EMF 5 und... 20? ...20. Ich weiß nicht, ob die an der Tür beschriftet sind oder daneben. Ich hab da nie drauf geachtet. Ich geh direkt zwei Pläne, wenn ich wieder früh bin. So. Classroom. Ich hab hier eine krasse Rauberwahl. Hier, F.O. Ist das 10? Was ist das? Ich seh keine Nummern. Was ist das hier? Also komisch. Das ist nicht, Bro. Ach komm, ey. Gibt's hier nicht irgendwie eine Tafel vielleicht? Schau mal. Machen wir. Also hier ist nichts. Machen wir Licht an dir. Das ist hier nicht. Was sind die Auszeichnungen? Da weißt du ja, wenn du in einer normalen Schule da so hingehen würdest, wirst du schon direkt verloren, Alter. Mhm. Sporthalle. Du musst doch irgendwo eine Nummer stehen. Ja, ich stelle keine Nummer. Bist du oben, Schatz? Nein. Hast du gerade eine Tür zugemacht? Ja. Dann ist er oben. Ich hab hier oben nämlich gerade eine Tür knallen hören. Also beim besten, wenn hier stehen keine Nummern. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine super Angabe von ihm. Classroom 20. Kannst du in deinen Arsch reinschieben. Ja, wir müssen jetzt wo. Wir sind aber keine Pros. Ja, Mann. Hä, da muss es doch irgendwas geben. Jetzt ist das Licht aus. Haben wir zu viel Licht angehabt. Korrekt. Ich bin eh beim Dings bei der Treppe an. Schnell, ich krieg Panik. Ja, ist an. Ich bin eh beim Dings bei der Treppe an. Klassenraum 20? Stopp, ich hab es gehört! Der hat hier, hier ist glaube ich Klassenraum 20. Oh Gott, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Hier. Ich hab hier auf jeden Fall was schmeißen hören. Hier. Irgendwo im zweiten Stock oben. Irgendjemand ist bei mir. Hier, hier, hier. Hier hat es Busch gemacht. Ich kann dir leider nicht sagen, ob er was geschmissen hat, weil... Also ich hab's gehört, aber was kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich das Buch, ja. Seh ich schon mal nicht. Da steht, äh, liegt... Ah, schon wieder! Ja, ja, der ist hier. Kann man das ja am besten sagen, das ist doch bei der rechten Treppe hier, oder nicht? Nee. Doch, da hinten. Hier hinten ist noch die Treppe. Oder? Nee. 1,3 Grad. Das ist, äh, ich glaube, bei der rechten Treppe. Ich bin hier bei der linken, glaube ich, oder? Wir haben 1,9 Grad. Nee, ich bin hier bei der rechten, dann ist es links. Ich hab keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Wenn da reingeht, linke Treppe, denke ich. Jetzt strom wieder. Der flackert. Bis? Ja, ja. Kannst du nicht an sein. Mach an. Du hast ihn ausgemacht. Jetzt ist er an. Jetzt ist er an. Domme, ich find hier nicht mehr runter. Ich bin schon wieder im Truck. Was sagt die Serentie? Oder geht ja noch. Schatz, hier gerade. Wenn ihr dann rauskommt, auf jeden Fall links, äh, gesprallt deine Perleballern. Gerade. Und dann rechts. Jo, so war es. Ah, ja, wenn du reinkommst, linke Treppe, hoch, links und dann... How are you? You are the friendly. Okay. Hä? Totz! Totz? Ja. Nice. Yeah, you are the here, hä? 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 Einfach so? Einfach so? Einfach so? Einfach so? Einfach so? Geisterbuch fällt raus. Ist das hier... Na, nehmen wir halt mal gleich die Zeit. Gefrier, ist das Gefrier? Oder... Nee, nee, müssen wir gucken. Das liegt da. Das müsste ja irgendwo liegen. Auf den Tisch. Nee. Aber dann war das vielleicht Orb oder was, keine Ahnung. Nee, 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 das ist normal, diese Rauchsch... mittlerweile. Geisterbox, Geisterbox. Warum geißen mich denn? Echt? Hallo, Geisterbox, Gespenst. Echt? Hat er geredet? Ja. Sehr gut. Weg. Da weg so. Wir brauchen Räucher, Parabol. Mhm. Ich ne Parabol mit. Du kannst es da direkt rauslassen. Da geradeaus. Und dann links geht's zum Truck. Perfekt. Wo bist denn du da jetzt raus, Schatz? Ah. Oh. Oh, ich find den Raum nicht mehr. Oh. 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 Mir fällt den Raum nicht mehr. Doch, da hinten müsste er sein. Glaube ich. Oder? Ja, hier ist er. Oh Gott, bin ich bekloppt. Kurze fix? Beide hab ich dabei, ja. Damit ich die direkt reinlegen kann. Was müssen wir jetzt noch machen? Assalamu alaikum. Ich hab beides dabei. Ich hab beides dabei. Ich hab beides dabei, ich muss nur den Raum finden. Also ich komm grad rein. Das ist, wenn du die eine Treppe hoch gehst, links. Hm, ne, ich geh hinten rum raus. Äh, hoch. Das ist, wenn du, also vom Eingang aus die linke Treppe, da wo du denkst ist. Mhm, genau. Gehst du hoch und dann links. Ja, ich find das schon, ich geh grad erst rein. Drum ist das was, Alter. Strom soll ich anmachen? Hab schon. Hoch und dann links. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ay, 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 ay. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da hab ich ja nicht fertig, es wird nur noch Farbohren. Da will nicht reden. Ach, Dotz hab ich mich jetzt erschrocken. In meine Fresse rein, ey. Immer mitten in die Fresse rein. Immer die gleichen Bitches an deiner Twitch eine... Ich vertraue dich, was aus Twitch geworden ist. Ja, ist auf Porn noch. Wie mach ich diese Taschenlampe aus? Das ist für die ganzen dreckigen Jungs geworden. Man, jetzt geht doch mal mit mir blöd aus. Nö. Habt ihr eigentlich Payday 2? Ja. Geisteskrank installiert? Geisteskrank. Ich hab's auch zufälligerweise gefunden. Haha. Ne, ich hab's mir grad gekauft für 1,29 Euro. Echt? Mh. Auf billiger Ware. Ja, Foto, Foto, Foto. Für wie viel hast du gekauft? Für 1,29 Euro. Ja. Handtet ihr? Wirklich? Ich hab Foto gemacht. Nö. Dings. Aber ich bin jetzt für eine Stunde weg. Jetzt. Auseinandergenommen wie Bauteile. Komm, äh, später wieder. Äh, was Rico? Ich hab's grad nicht gehört. Ich bin so für circa eine Stunde, anderthalb Stunden weg. Ah, Kloko! Willst du zu mir, Klokos? Kloko! Au, auf Toilette. Ich bin scheiße. Eine Stunde. Mein Baby. Mein Mädchen. Nö? Nein. Nein, ich muss sagen, kurz mal natürlich. Ok. Ok. Allesf. Butcher. Nichts. Ich muss sie direkt, kurz mal natürlich. Ich bin so für die Zähne. Work office zu mir. I kann sich direkt. Ayy. Nein. Nein. Ich muss da... Ich bin so für die Zähne. und dann kommt es wieder an oi du bist voll eins nein guck woanders hin und dann kommt es wieder an oi viel spaß ich habe mich grad sechs mal oder so unter anderem wiederholt geil ne äh bis später tschöö tschöö tollen Lügner warte ich schaust kurz zu Moriske